Die heutige Folge Loreload wird gesponsert von Gate2SeaGames. Auf dieser wunderbaren Seite findet ihr alles, was das Herz der Karten begehren könnte, egal ob Disneys neues Lorcanaspiel, Yu-Gi-Oh! Pokémon One Piece und sogar den neuesten Stuff direkt zum Vorbestellen. Wenn ihr wollt, dann findet ihr den Link zur Website in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes und könnt mit meinem Code CRAFT sogar noch ganze 5% auf eure Bestellung sparen. Schaut gern mal vorbei. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es wieder um die Chroniken, um den neuen vierten Band. Da haben wir ja schon die Shadowlands-Sektion in der letzten Folge auseinandergenommen. Heute wird es in großen Teilen um MOP gehen. Zumindest glaube ich das, weil da habe ich mir die meisten Notizen zugemacht. Es gibt allerdings so ein paar Dinge, die ich ja in der letzten Folge schon angeteasert habe, die jetzt durch das haargenaue Lesen der Sätze und diverse rierte Diskussionen in den sozialen Medien vielleicht doch nochmal interessanter werden, als sie das in der ersten Woche waren. Und genauso ist es auch gekommen. Darum haben wir heute also die Unterteilung in erstmal paar wilde Nebensätze besprechen und dann reingehen, was zur MOP neu oder einfach schön zusammengefasst war. Vorher, Freunde, geht es um eins unserer großen Lieblingsthemen aus der Vergangenheit, nämlich um die Rückseite von Azeroth. Huh, was haben wir da nicht schon immer spekuliert? Was standen wir nicht damals, als wir auf Argus waren und Azeroth in der Ferne der Skybox erkennen konnten? Ja, was standen wir dann nicht und haben darauf gewartet, ob die Wolkendecke doch irgendwas offenbart, ob der Planet sich dreht und wir noch irgendwas erkennen können? Und was gab es nicht für viele Theorien, sei es über Klimazonen, ja, da oben ist Nordend, unten ist Tanaris. Heißt das, wir haben nur die Nordhalbkugel von ganz Azeroth gesehen? Oder wie ist das mit den Meeren an den Seiten? Wie war das dann mit den Geschichten rund um Tyr, um Erenitria, wo wir über die Bücher im Smaraggrünen Traum gesprochen haben und es immer wieder Andeutungen gab, auch über Odin und die Expeditionen nach Avaloran, also all das, was wir in vielen der letzten Folgen besprochen haben und vor allem somit vieles, was sich einfach verdichtet hat im Bereich der Community-Theorien, die manchmal mehr als offene Geheimnisse gehandelt wurden. Ja, und jetzt kam Blizzard. In all dieses Kuddelmuddel kamen unsere Freunde von Blizzard wieder mit einem Nebensatz, und zwar in der Shadowlands-Sektion. Ich habe den also auch beim ersten Lesen gar nicht so wahrgenommen und dachte, okay, okay, die Zusammenfassung, ja, Sylvanas und der Kerkermeister, Bolvar und der Helm vom Lichtking, Sylvanas, die den dann nimmt, nachdem sie Bolvar besiegt hat, den in zwei reißt im Shadowlands-Cinematic und dann zack, zersplittert die Skybox und wir haben den Zugang zu den Schattenlanden. Ja, und das beschreibt Blizzard auch so. Diesen Auslöser, diese Druckwelle, diese Explosion, die den Himmel allerdings zerrissen hat, die beschreiben sie folgendermaßen. Die resultierende Explosion konnte sogar auf der anderen Seite von Azeroth gespürt werden. Sie war so stark, dass sie die Grenze zwischen Leben und Tod zerriss und sie erzeugte einen Riss in den Himmeln von Azeroth. Und da könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, Freunde, es waren anstrengende Zeiten in den sozialen Medien, weil das war natürlich 24-7 Meltdown, ja. Ich meine, sie haben es hier jetzt irgendwie confirmed, was wir uns schon seit langem aufgrund dieser vielen Hinweise gedacht haben, aber irgendwie haben sie ja nicht bestätigt, dass da irgendwas ist. Okay, wir haben eine Rückseite, aber was ist da jetzt? Kontinente? Imperien? Ja, stimmt das mit Avaloran? Sind da weitere alte Götter? Oder wie genau? Ja, hat Tyrrecht oder Erenitria? Ist da wirklich ein verbotenes Land? Oder ist da nur eine Menge Wind und Wasser? Und haben wir da sonst was, was in dieser Ursuppe vor sich hin brodelt oder haust? Man weiß es nicht. Mehr Infos haben sie uns an der Stelle nicht gegeben, aber das gliedert sich eben wunderbar in all das mit ein, was man als WoW-Community über die letzten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, so zusammengetragen hat. Und möglicherweise hat es ja einen guten Grund, dass sie das hier vor TWW bereits angesprochen haben, denn vielleicht ist das einfach ein weiterer Grundstein, der gelegt wurde und auf dem jetzt weiter aufgebaut werden kann. Genau so kann es aber auch einfach irgendeine Random-Formulierung sein. Ja, das siehst du, bis in den Kosmos hinaus. So, was hätten wir dann geschlussfolgert? Oh, das haben Sageras und die Titanen gesehen. Oder die leeren Fürsten. Oder wer auch immer. Ja, also vielleicht ist es auch einfach irgendeine 0815-Formulierung. Aber wir hoffen natürlich, wir hoffen, dass die in den Chroniken ausbleiben. Ich habe aber auch schon Bilder gesehen. Selber bin ich noch nicht drüber gestolpert, aber möglicherweise tue ich das noch, wo es wohl auch einen Verschreibstler geben soll in den Chroniken, wo sie nicht von den Champions oder den Helden sprechen, sondern von den Spielern. Oh, Junge. Ich wette, Chris Madsen hat gar keinen Bock auf eine Q&A-Runde bei irgendeiner kommenden Veranstaltung, wo sich dann wirklich jemand vor die Bühne stellt und sagt, Mr. Madsen, warum sprechen die Chroniken, die sich ja selber als großer Wälzer verstehen, die ja so aufgebaut sind, als wären wir in eine geheime Bibliothek der Titanen eingebrochen und studieren da dieses verbotene Wissen, diesen Zusammentrag von kosmischen Ereignissen. Und dann bricht das Buch auf einmal von Spielern. So, wie wird er das beantworten? Ja, wir alle sind nur Spieler im kosmischen Game. Ich glaube, der Bruder kann nie wieder schlafen, seit er auf Twitter die Runde gemacht hat. Aber ja, kleinere Fehler passieren. Nicht jedes Detail ist so bedeutungsschwanger, wie wir und Blizzard das gerne hätten. Aber dafür doch genügend Details, über die wir immer wieder gesprochen haben. Und selbst wenn es die nicht sind, haben wir immer noch genügend Hinweise, dass es vermutlich auch mal auf die andere Seite von Azeroth gehen könnte. Das war eines von diesen berühmten Nebensatzthemen. Ein weiteres begegnet uns tatsächlich im Vorwort zu den Chroniken, wo wir uns beim letzten Mal vor allem auf diese Sektion zu Silvanas beschränkt haben. Allerdings ging es ja auch um Sageras, die Anfänge vom Pantheon. Ja, der Kampf zwischen Sageras und den anderen Titanen und vor allem auch dieses Zerschlagen der verdorbenen Welt. Wir erinnern uns, Sageras hat ja eine Welt gefunden, die bereits von der Leere vereinnahmt war und hatte dann Furcht vor einer Manifestation. Diese Geschichte vom leeren Titan war ja etwas, was uns lange Zeit Schauer über den Rücken jagen sollte. Und vom leeren Titan ist tatsächlich gar nicht mehr die Rede, jetzt hier in Chroniken 4. Und stattdessen reden sie nur von einer zerstörerischen, leeren Kreatur, die sonst aus dieser Weltenseele erwachsen könnte. Und Sageras Weber hat vermutlich keine großen Unterschiede gemacht, hat nur gesehen, oh shit, das Ding ist verdorben und hat es ja dann kaputt gehauen. Was bei uns dann die Frage aufwarf, gerade seit wir von den Zerrets und dem Nachleben der kosmischen Mächte gelernt haben, wo ist diese Seele denn hin? Oder hat Sageras einfach genügend Power und eine so besondere Klinge, dass er wirklich auch die Seele in welchem Stadium der Existenz auch immer vollends vernichtet hat? Eine zweite Anschlussformulierung dieser Kategorie betraf dann schlummernde Titanen an sich. So haben wir Weltenseelen eigentlich kennengelernt, aus Sicht der allseits bekannten Titanen-Propaganda. Das sind mächtige Wesenheiten, also müssen das schlummernde Titanen sein, die irgendwann erwachen? Fragezeichen. Onigen 4 geht das Ganze ein bisschen anders an und formuliert es eher so, dass Weltenseelen Titanen werden können, also die können als Titanen erwachen. Meinen sie damit jetzt nur, dass die natürlich als Titanen erwachen können oder in diesem Stadium verbleiben, wie möglicherweise Azeroth, die einfach schon zu viel Schaden genommen hat und nur noch über uns, über die Champions und entsprechende Ermächtigungen agieren kann? Oder gehen sie wirklich so weit und meinen, diese Weltenseelen sind tatsächlich Rohmassen? Und je nachdem, welche Macht die erobert, kommt eben eine entsprechende Wesenheit raus, wird ein oberster Naru geformt oder was auch immer über denen noch steht oder ein Titan, wenn die Welt entsprechend geordnet wurde oder ein Lehrenfürst oder was auch immer über denen steht, sollte die Lehre das eben erobern. Und unser Wissen basiert wirklich auf klassischer Titan-Propaganda. Ja, und alles, was dann was anderes aus diesem Titan machen würde, ist natürlich das Schlimmste, was dem Kosmos passieren kann, weil es kämpft ja dann nicht für die Ordnung und ist dann abwertend ein leeren Titan oder ein Lebenstitan. Sorry, Eonar an der Stelle. Aber da sind sie, denke ich, tatsächlich bestrebt, das so ein bisschen zu drehen. Was ja super spannend ist, gerade mit Hinblick auf Azeroth, wirklich irgendwas Titanisches oder doch eine der Ersten, sind Weltenseelen generell, die Überbleibsel der Ersten, die eben in Anbetracht der Schöpfungsmacht ausreichend ermächtigt werden können, um dann neues Leben hervorzubringen, wie so ein gut gegossenes Samenkorn, gut in die Erde eingebettet. Und das ermöglicht natürlich viele freie Gedanken, jetzt so ein bisschen zurückzukehren. Gerade als wir beim letzten Retail-Patch drüber gesprochen haben, was könnte Xalatas sein, wie war das mit der Heimatwelt der Astralen, wo wir ja auch davon ausgingen, hey, die Heimatwelt der Astralen besaß auch eine Weltenseele, da der Raumgänger ja sagte, die Gesänge, die die Champions auf Azeroth jetzt hören, ja, das kommt ihm bekannt vor, so war es in seiner Heimat auch, bevor die Welt dann geerntet, verschlungen wurde, ja, und dann haben wir gedacht, hm, wenn da wirklich eine Weltenseele war, wo ist die jetzt hin? Und wenn die Lehre, die wirklich erobert hat, wie verschlungen? Ich denke, das wird dann ein leeren Titan, der für die Lehre alles erobern kann, oder nicht? Und das fanden wir da ja schon sehr, sehr merkwürdig, und alles, was der Raumgänger über den leeren Fürsten Dimensius sein Treiben und seine Heimatwelt karäisch erzählt hat, hat irgendwie nicht so wirklich mit dem zusammengepasst, was wir lange Zeit gedacht haben. Naja, und im Rahmen der Lügen der Titanen ist es, denke ich, fast schon zu leicht, jetzt eins und eins zusammenzuzählen und eben wieder mal zu sagen, gut, die Titanen haben uns da also nur die eine Seite der Medaille offenbart, nämlich was sein könnte, aus ihrer Sicht sein muss, aber nicht unbedingt das, was objektiv betrachtet im Kosmos wirklich die Sachlage ist. Also höchst spannend, was man in diese Formulierungen wieder reinlesen kann. Auch hier muss das nicht zwangsweise so weit gehen, aber kann. Und ich denke, dieses kann hat Blizzard hier sehr vorsichtig und bewusst eingestreut, einfach um die Weichen so ein bisschen anders zu stellen. Für die kommenden Story-Entwicklungen wollten sie jetzt nicht mit dem Schlaghammer ran und sagen, so, wir kloppen mal wieder ein paar Fundamente im Kosmos anders, ja, oder ganz kaputt, wie auch immer, sondern drehen so ein paar Sachen so ganz sachte und es könnte sein, es muss aber nicht und diese Spiele kennen wir natürlich sehr, sehr gut. So oder so, auf jeden Fall unglaublich spannend, Welten seelen also möglicherweise wirklich deutlich mehr, als wir bisher erwartet hätten und mit dieser Option geht natürlich ein ungeheures Potenzial einher, egal ob wir die bereits bekannten, wie Azeroth und Argus nochmal unter die Lupe nehmen und uns ins Gedächtnis rufen oder uns dann eben vorstellen, was im Kosmos bisher so abging, nicht nur durch die Hände von Sageras. Abschließend für diesen Strang möchte ich gern nochmal ein Zitat von Osdormo in Erinnerung rufen, am Ende von Dragonflight, als Hyrak besiegt, der Weltenbaum gerettet und die Aspekte von Azeroth ermächtigt waren und er sagte, das ist nicht die Macht der Titanen. Ja, moin. Ja, Freunde, das war's natürlich noch nicht mit den wilden Nebensätzen. Da bezahlst du hier 50 Öcken für so ein Buch und dann hast du hinterher selber Tentakel aus der Nase und noch 30 Fragezeichen mehr im Kopf, du. Das ist wieder ein wilder Ritt, ja, ich sag's euch. Also, wir springen nochmal nach Nialotha, ja, in dem Abschnitt, ihr erinnert euch, haben wir in der letzten Folge ganz kurz angerissen, wo der gute Ensors vorgestellt wurde in seinem Nialotha-Raid Ende BFA und da hieß es, ja, Ensors, einer von fünf alten Göttern, wo wir dann durchgezählt haben, Jascharas, Kessun, Joxaron, Ensors, hä, was meint ihr jetzt mit fünf? Da habe ich euch nochmal erinnert an die vielen Gespräche zu Xalatas, zum Ancient One und vieles, was wir auch über Dragonflight hinweg immer wieder besprochen haben. Vor allem haben wir uns erinnert an dieses kommentierte Buch, das ursprünglich ein Classic-WOW war, von fünf alten Göttern sprach und dann in einer Art Neuauflage mit Kommentaren erneut im Spiel zu finden war und das eben im Add-on Dragonflight, das war natürlich schon ziemlich verdächtig und dann haben wir uns natürlich auch nach wie vor nicht satt sehen können an dieser einen Seite in den frühen Chroniken, wo das Schwert von Sageras in der Mitte war, die alten Götter drumherum und auch da war eine Figur dabei, wo man bis heute nicht so recht weiß, was ist das? Ja, es gab immer Zuordnungsversuche, könnte das die wahre Form von Xala sein? Ist das doch der leeren Fürst, der die alten Götter erschaffen hat, hängen die deswegen auch so verknotet in diesem Rahmen quasi zusammen, sind alle auf den zurückzuführen? Ist das dieser Uralte, dieser Ancient One oder doch was ganz anderes? Auf jeden Fall, fünfter alter Gott scheint jetzt eine richtig sichere Bank zu sein, war da vorher immer noch so ein bisschen, wer hat die Bücher geschrieben, wem können wir trauen, ist das nicht nur irgendein Random Fee, das wer da hingemalt hat in diesem Rahmen? Jetzt haben wir es aber hier nochmal so richtig schwarz auf weiß, damit hätte sich die Geschichte also geklärt. Na ja, wenn wir aber weiterblättern oder in dem Fall sogar zurückblättern zur MOP, dann startet da auch ein Rückblick und dieser Rückblick beschäftigt sich erstmal mit der Grundsituation von Azeroth generell und diese Grundsituation, die beginnt mit, damals als die Titanen ankamen, da entdeckten sie auf Azeroth die vier alten Götter. Was? Wait a minute, wieso jetzt vier als die Titanen ankamen? Ist ja völliger Unsinn, das muss ein Fehler sein, oder? Da werden die vier ja den fünften nicht irgendwie zerrissen und in den Dolch gesperrt haben oder so. Ey, das verbitte ich mir aber solche Ideen. Hö, hö, tatsächlich dachte ich echt, das ist doch jetzt ein Zahlendreher, oder? Haben sie da reingeschissen, haben unterschiedliche Leute an verschiedenen Kapiteln gearbeitet, und die fünf war vielleicht nur eine Idee, dann sollten es aber die vier werden oder andersrum oder was ist passiert? Aber wir sprechen ja von anderen Zeiten, wenn man so will. Also zu sagen, Ensors ist einer der fünf alten Götter auf Azeroth, muss ja nicht im Konflikt stehen, mit als die Titanen kamen, waren es vier. Was ist mit dem fünften? Wurde der von Azeroth absorbiert? Ist es wirklich Xala? Haben sie den zerrissen? Versteckt der sich noch auf der Rückseite von Azeroth? Oder hat der sich selber ganz tief eingebuddelt? Das trifft sich ja jetzt so wie in die Erde gehen. Oder, oder, oder. Wir wissen, die alten Götter haben auch untereinander gekämpft. Ja, dieser berühmte Satz. Was macht Ensors der Verderber, wenn es nichts mehr zu verderben gibt? Da haben wir uns ja die Zitate von Xalatas in drei, vier Folgen auch ganz genau angesehen. Damals sprach sie auch von ihren Brüdern, die sie hofft, in diesem Konflikt zu sehen, wo wir dann auch nicht wussten damals, alte Götter, Titanen, einfach irgendwelche leeren Viecher. Worauf genau bezieht sie sich? Und ich muss sagen, nach all dem, was wir allein in der ersten vierte Stunde hier und heute besprochen haben, ja, was ist sie denn jetzt? Wie ist das mit den Welten, was sind ihre Brüder? Ist sie doch ein leeren Titan? Gibt es leeren Titan überhaupt? Wenn ja, wie passt das dann mit allem anderen zusammen? So ungefähr fühlt sich das jetzt an. Ja, also schicke neue Optionen, die sich mal mehr, mal weniger mit dem beißen, was wir uns eigentlich gedanklich über die letzten Monate und Jahre erarbeitet haben. Und ich denke, jetzt wurde das Ganze einfach in Richtungen gedreht, die dann auch besser zur World Soul Saga und dieser Entwicklung passen. Es sind ja einfach mehr Freiheiten, die jetzt eingeräumt wurden. Ja, plus eben diese eher offenen Geheimnisse, die jetzt ein bisschen mehr Bestätigung erfahren haben. Darum würde ich jetzt ungern eigentlich reingehen in den bereits vorhandenen Kessel der Theorien und dann nochmal richtig ehrenlos rumrühren, weil ich glaube, im Detail lässt sich trotzdem viel genauso gut verknüpfen, wie das eben vor diesen neuen Infos und Bestätigungen der Fall war. Aber dennoch bleibt nach wie vor die Frage, Blizzard, der fünfte alte Gott, wo ist er hin? Und kennen wir den nicht vielleicht bereits in Kombination mit der Rückseite von Arzrod? Also da können sie ja so viel hinzaubern, ja? Ich erinnere euch an die ersten Konzeptart, die ersten Zeichnungen, damals zu Classic, zu den Dracheninseln. Die waren ja damals schon geplant und sollten irgendwo rumschippern. Naja, und auf den Dracheninseln standen riesige Tempelanlagen der alten Götter. Und war wirklich ein Sars das Einzige, was da unten tief, tief im Meer angekettet war? Ist da nicht noch mehr einfach untergegangen? Wo sind die Überreste vom Schwarzen Imperium? Oh Junge. Tja, machen wir es kurz, Freunde. Die Antwort darauf gibt es natürlich nicht. Stabil. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt in neun Theorien verlieren, die eigentlich die alten sind und so oder so keine Antworten geben können, gucken wir doch rein in die MOP-Sektion. Da geht es jetzt noch ein bisschen mit den kosmischen Anfängen weiter, denn es geht ja um unseren guten Yasharaj, um den größten und mächtigsten der alten Götter. Yasharaj, der dann mit seinem letzten Atemzug das Schar entfesselte und somit natürlich unweigerlich mit der MOP-Story verbunden ist. Und tatsächlich gab es auch da noch mal ein paar Infos, die jetzt nicht den ganzen Kosmos auf den Kopf stellen, aber die tatsächlich noch mal ein paar Sachen ganz brauchbar zusammenfassen beziehungsweise stückchenweise anders beleuchten. Also wir erinnern uns, da haben wir gerade aufgehört, die Titanen, die finden Azeroth mit den alten Göttern, vier in diesem Fall, die dort verblieben sind. Und die könnte ja nicht einfach so kaputtauen. Ja, die haben gesehen, ey, die sind tief mit Azeroth verwurzelt und deswegen können wir die nicht einfach rausreißen. Ja, darum wurden Wächter erschaffen und die sollten dann gegen diese alten Götter kämpfen. Ja, diese Wächter geformt nach dem Abbild der Titanen, quasi Mini-Versionen von ihnen selbst. Und das hat auch hingehauen, nur Yasharaj war eben wirklich ein Problem. Es hieß im Buch, sein korrumpierender Einfluss könnte sogar die Wächter beeinflussen. Also diese großen, für diesen Kampf geschaffenen Wächterkolosse, ja, so Kollegen wie ein Tyr, wie ein Odin oder allgemein die Titan-Geschmiedeten eben, ja, wo es ja auch immer hieß, ey, nur dank dem Fluch des Fleisches, der dafür sorgte, dass sie aus diesen metallenen Hüllen degenerieren, fleischlich werden, ja, Irdene zu Zwergen wurden, Mechagnome zu Gnomen, Vrykul zu Menschen, so nur dann waren sie richtig angreifbar für die Lehre. Aber Yasharaj war so krass, dass selbst die obersten Wächter-Einheiten korrumpiert werden könnten von dem. Ach, du Scheiße. Und darum hat Amantul dann den Entschluss gefasst, ja gut, bevor uns hier jetzt alles um die Ohren fliegt, zack, reißen wir den eben doch raus. Das hat dann für die bekannten Probleme gesorgt, die große Wunde, die dann mit dem Bau vom Brunnen der Ewigkeit eingedämmt wurde. Und naja, da hatten wir jüngst ja auch noch ein paar Propagandatexte ingame, die versucht haben, dieses Ereignis so zu drehen, dass diese Wunde total bewusst von den tollen Titanen erschaffen wurde, damit das Azeri, das Lebensblut der Welt quasi austreten kann, sich über die Oberfläche ergießt und somit alles in noch mehr und direkter Ordnung gebadet wird. Ja, es ist total weggebeamt offenbar. Offenbar, mal sehen, was die nächsten Lügen der Titanen sagen. Aber hier stand es jetzt eben nochmal, Amantul riss ihn dann raus, zerquetschte ihn und die Überreste von Yasharaj fielen dann eben wieder auf die Erde runter. Vielleicht landete da ja auch ein bisschen was im Wasser. Wer weiß, wie Amantul da schön Hass erfüllt, junger Splorch. Ja, wie früher mit diesen Slime-Bällen aus Mickey Mouse Magazin. Vielleicht kennt er die noch. Ist so ähnlich. Da waren wir alle ein bisschen Amantul-Cosplayer. Und bekannt als der Größte und Stärkste konnte er sogar die Wächter ins Wanken bringen. Ja, das war diese Ansage. Und Yasharaj regnet auf Azeroth herunter und besonders mächtige Teile, Achtung jetzt die Formulierung, besonders mächtige Überbleibsel Ach du Scheiße, wir hatten aus Jux vor einer Weile mal gesagt, wir wissen wenig über die Anatomie der alten Götter. Vielleicht haben die mehrere Herzen, Vielleicht haben die sieben Gehirne, ja, 20 Mägen. Vielleicht sind die aufgebaut wie Alf, ja. Man weiß es nicht. Aber hier lassen sie auch wieder, ne, so eine Weiche, so ganz leicht in eine neue Richtung doch drehen und sagen, naja, vielleicht war das ja nicht alles. Also mehr wurde anscheinend gefunden oder könnte gefunden worden sein. Vielleicht haben sie das auch in Teilen kaputt gehackt oder irgendwo vergraben, wo sie selber vergessen haben, wo das war. Ja, wie ein sehr dämliches Eichhörnchen vom Winter. Ja, so Scheiße, wo sind die Walnüsse, ja. Und dementsprechend eröffnet das natürlich auch neue Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn wir unter die Erde gehen und mal die falsche Wand einreißen, ne, mit ein paar Goblins, junger bisschen Sprengstoff. Ach gucke, ja, da ist das Gehirn von Yasharaj. GG, also auch hier wieder formulierungstechnisch aufregend. Ja, sehr aufregend. Klar, das Herz hat den Fokus, hatten wir dann ja auch in MOP Herzkammer und so weiter. Ganz klare Sache, wo das Ding dann weggeschlossen war, dann hat der Wächter ein bisschen reingeschissen, dann konnte die Horde das für Garrosh beanspruchen und den ganzen Rest haben wir, glaube ich, gerade in MOP Remix jetzt zur Genüge um die Ohren geschmissen bekommen. Und andere Fragmente, so hieß es im Folgenden, andere Fragmente haben sich in Bestandteile des Planeten selbst integriert. Das klingt nochmal gefährlicher, oder? Haben wir Yasharaj, der dann schon mit Azeroth irgendwie schon eine Verbindung eingegangen ist, also hat das Zerquetschen erst irgendwelche Fähigkeiten freigesetzt, wo dann sein verdorbenes Blut in die Erde sickerte. Könnte sein, dass sie hier also noch einen Schritt weiter gehen wollen, ja, die Weiche noch ein bisschen quietschen, ein Stück rumstellen, aber kann auch sein, dass sie damit einfach jetzt den Anfang für das setzen, was dann als Schar aufwachen wird. Ja, Bestandteile des Planeten selbst ist da ein bisschen wild, weil des Landes hätte man jetzt so Pandaria-mäßig eingrenzen können, aber offenbar ist er doch ein bisschen weiter gesplattert worden. Andere Fragmente haben sich in Bestandteile des Planeten selbst integriert. Heiliger. Ich meine, ihr erinnert euch an die Geschichten mit Krater von Angoro, wo wir diese Splitter sammeln mussten. Was ist das? Acerid-Cosplay? Oder diese Machtkristalle, die wir da hatten, dann die Verbindung auch mit Votika zum Scholasarbecken, wo wir dann ja auch titanische Teleporter und Verbindungsgeräte hatten. Allgemein diese Säulen, die wir mit den Kristallen dann antreiben konnten, um uns selber zu ermächtigen. Aha, gar nicht verdächtig. Und die Ideen, dass der Krater entstanden ist, weil dort irgendwas Verdorbenes vielleicht landete, eins mit dem Planeten wurde und sie dann diese Landmasse eben rausgeschöpft haben mit ihren riesigen titanischen Händen. Ja, und dann diese Landmasse, naja, vielleicht zu einer Kugel geformt und an den Himmel gepappt haben. Hm, wird da wieder die Gefängnis von Yasharaj-Theorie wach und kriegen wir eine fette Skybox mit einem riesigen aufplatzenden Mond aus dem Tentakel kommen? Ja, an all das musste ich denken. Also dieses leichte Weichenstellen, das sie hier doch benutzen, ja, das lässt sofort so viele alte Ideen wieder raussprudeln. Also es ist genauso geil wie schlimm. Und vielleicht wollten sie damit auch gar nicht so viel sagen. Vielleicht ist es wirklich nur das Schar, das da gemeint ist. Und es ist wirklich nur das Herz. Aber es könnte eben auch anders sein. Jo, normalste Themen für Schwerpunkt MOP, oder? Aber ich kann euch beruhigen, es wird ein bisschen gemütlicher jetzt. Ja, also das war wirklich der Stuff, wo ich dachte, heiliger. Was packen sie da für Infos mit rein? Wie formulieren sie das gerade? Weil sie hätten es ja ganz einfach machen können. Hätten ja auch aus den vorherigen ein bisschen Copy-Pasten können einfach. Ja, hätte sich bestimmt gar keiner aufgeregt oder so. Aber nee, ich glaube, hier wurde sehr bewusst drauf geachtet. Das ist einer dieser Punkte, wo wir im Detail wirklich schauen sollten. Und das haben wir jetzt getan. Wir können uns also guten Gewissens in TWW reinstürzen und sollten dann vielleicht nur schauen, wo genau wir uns so hingraben. Ja, im Grunde erwuchs auch aus dieser allgegenwärtigen Verderbnis und dem, was sie da beobachtet haben mit diesem Überresten, die Idee, dass die Mogu unter dem Hüter oder Wächter Ra Pandaria eben schützen sollten. Und was dann nicht so gut gelaufen ist, war, dass auch die Mogu vom Fluch des Fleisches getroffen wurden und somit natürlich schwächer wurden. Und wie wir vorhin besprochen haben, war das definitiv dann für die Lehre ein großer Pluspunkt, weil die dann noch anfälliger waren als nicht teilweise ohnehin schon, Jascharaj, oder? Und dann kam Jahre später ja auch noch Lai Shen, der als Donnerkönig bekannt werden sollte. Und der wollte, obwohl die Mogu geschwächt wurden und ihre Aufgaben so ein bisschen vernachlässigt haben, wollte der an diese alten Aufgaben aber wieder anknüpfen. Ja, der wollte die aufgreifen, dass der Titanen weiterführen. Mensch, das ist doch unser Erbe, unsere Bestimmung, wir sind doch Mogu zu großem bestimmt und jetzt haltet mal die Schnauze und kommt wieder mit. Und er war jetzt nicht gerade für seine Gnade und Gutmütigkeit bekannt, hat sich ja auch Wächter Ra geschnappt, den eingesperrt, seine Kraft geklaut und alle anderen Völker unterdrückt. Perfekt. Also ist von vorne bis hinten mit dieser Idee, die Mogu wachen mal unter Ra über Pandaria, ist richtig Bombe gelaufen wieder, Titanpläne, wissen wir, kann nur ballern. Lai Shen hat sich dann ja aber selber entschärft, er brachte einiges an Wissen in Erfahrung und wollte dann diese Schmiede des Ursprungs, weil es meine ich in Uldum erobern, eine mächtige Titanenanlage, mit der man das Land selbst formen und beeinflussen könnte. Und da hat er sich gedacht, ja, also wir hier oder ich als Erbe der Titanen, ja, ich werde das fortführen, deren Arbeit und darum brauche ich die natürlich. Und darum ist er dahin marschiert. Die Tollwir, das sind diese vierbeinigen Katzenkollegen aus Uldum, wenn ihr euch erinnert, die richteten diese Schmiede aber einfach gegen ihn und haben dann eine riesige Entfachung dieser Energie eben ausgelöst, weswegen Uldum auch heute so aussieht, wie es aussieht, ja, weil diese Art der Schmiedennutzung nicht besonders viel vom Land drumherum übrig gelassen hat, wie so ein Hard Reset einfach, ne, plupp, starten wir nochmal, hier ist ein bisschen Sand, viel Spaß und dann waren einfach alle tot. Und das nutzten wiederum die Pandaren, die ja auch versklavt wurden unter Laishen, als sie gehört haben, ey, Laishen ist weg, na, da gab es die großen Aufstände und dann konnte Pandaria so ein bisschen aufatmen, konnte sich erholen, die Mogu zurückgeschlagen werden und Shaohao wurde dann Kaiser, ein Name, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt und der brachte dem Land großen Frieden. Bis dann die Legion angriff, der Krieg der Ahnen, das weckte natürlich eine Menge negative Emotionen, denn was ist durch all diese Geschichten von gerade in Vergessenheit geraten, ja, Landformen und so ist ja total schön, aber war da nicht was mit das Land bewachen und diese Kammer mit dem Herz versiegeln, ja, alles nicht so richtig zur Geltung gekommen in dieser Zeit der großen Versklavung, ja, und somit hat dieser Legion, dieser Regionsangriff, dieser Krieg, eine Menge Negativität logischerweise gefördert, ja, und auch der Kaiser hat es nicht geschafft, diese negativen Emotionen zu besiegen, darum geht es ja heute immer noch in Pandaria, bei den Mönchen, bei den Shadopan, viel um inneres Gleichgewicht, ja, das ist nicht mal so, dass sie einfach gerne gechillt drauf sind, sondern die müssen das beherrschen, weil sonst ihr Erzfeind, der unter ihrem Land haust, wenn man so will, ja, weil der sonst ausbricht und alle tötet, ne, ist also schon relativ wichtig in deren Kultur, da halbwegs klar zu kommen und darum war es auch besonders geil, dass wir dort gelandet sind und uns erstmal fett auf die Fresse gehauen haben, GG-Allianz und Horde, aber erstmal kriegt er an, war ja so ein bisschen vorher und diese negativen Emotionen haben die Schar natürlich aufgeweckt, ja. Am Ende dieser neu erwachten Problematik hat es Shao Hao als mächtiger, ausgeglichener, weiser Kaiser natürlich trotzdem geschafft, diese negativen Emotionen zu besiegen, aber eben nicht für immer. Soll also heißen, negative Emotionen existieren und stärken die Schar, wenn sie auftreten, aber man kann ja nicht einfach sämtliche Negativität entfernen, also wird es auch die Schar immer wieder geben, ne, selbst wenn du die schwächst, wenn du die zurückschlägst, wenn du deine Emotionen beherrschst, ja, dann vielleicht dein Nachbar nicht, ne, und schon verbrennt er sich die Finger an der heißen Pizza und den Gaumen und schon kannst du wissen, Schar des Zorns, neuer Spawnpunkt, ja. Scheiße hier, zack, Haus explodiert, ja, da muss man immer vorsichtig sein und darum hat er eine ganz tolle Idee, die könnte von den Titanen selber kommen. Was machen wir mit den Schar, wenn wir die nicht einfach für immer umboxen können, wegen unseren eigenen Emotionen? Na klar, wir sperren die ein. Oh, Leute, was soll schief gehen, oder? Bisschen was wegsperren hier, easy, ist immer gut gegangen in WoW bisher, wenn einfach nur alle Völker in WoW inklusive der Titanen ab und zu mal eine WhatsApp geschickt hätten, ja, oder eine Brieftaube, und da steht dann auf dem Zettel einfach, einschließen ist eine Scheißidee, Kursi Amantul, dann wäre so viel anders gelaufen in dieser Welt, kaum zu glauben. Aber nein, es wird wieder weggeschlossen und die Schar, Dopan, die sollen diese Gefängnisse bewachen. Ja, die wurden erst ausreichend geschwächt durch das Beherrschen der negativen Emotionen, wurden mit einer Menge Positivität und Liebe besiegt und dann eben in ihre Gefängnisse gebracht, ja. Und das waren verschiedene Standorte, ne, damit die auch nicht Händchen halten, irgendwie da ausbrechen können. Und Chao Hao hat dann den ultimativen Boss-Move gebracht und hat seine körperliche Form hinter sich gelassen und ist eins mit dem Land geworden. Brach es aus Kalimdor heraus und hüllte es in Nebel. Also völlig normaler Move einfach, ja, kennt man. Und das ist dann das Pandaria geworden, was wir eben heute kennen. Ja, schön abseits gelegen und in diese Nebel gehüllt, nicht nur um sich selber, sondern eben auch die Außenwelt zu schützen. Ja, so durchaus ein wirklich heftiger Move gewesen. Und so vergehen die Jahre. Pandaria schippert da munter vor sich hin, schöne Insel im Nebel und dann kommen wir an im Jadewald. Ja, moin. Wir werden jetzt nicht die komplette MOP-Story nochmal durchgehen, aber die coolsten und meiner Meinung nach wichtigsten Ereignisse. Dazu zählt zum Beispiel die Rolle von Jolon, von unserer himmlisch erhabenen, von der großen Jadegrünen Wolkenschlange. Die hat nämlich früher unter Lai Shen, als die Pandaren versklavt wurden, da hat sie Trost und Wissen gespendet. Und die Pandaren haben ihr natürlich super gern zugehört. Was aber nicht so geil kommt, ist, wenn dein Sklaventreiber-Boss sieht, dass du gerne Trost und Wissen gespendet bekommst und darum nicht zur Arbeit erscheinst. Hat Lai Shen also nicht gefallen, dass seine Sklaven abgelenkt sind? Und darum hat Jolon einfach eine richtig fette Gewitterschelle abbekommen und ist dann von Dannen gesegelt. Die Pandaren fanden sie dann halb zerfetzt und sterbend im Jadewald, ist aber gar kein Problem. Die haben dann einfach eine riesige Jade-Statue zu ihren Ehren gebaut und da ist ihr Geist reingefahren. Also vorher haben sie sie natürlich so ein bisschen fixiert und versucht zu heilen und auch an einen Ort gebracht, wo das eben möglich war. Aber dann ist ihr Geist in diese Statue reingefahren und zack, ist sie wiedergeboren. Und das war ja auch in der Jadewald-Kampagne ganz wichtig. Nichts anderes haben wir ja gesehen, dass die Pandaren da wieder diese Statue bauen, denn das müssen sie alle 100 Jahre tun, weil anscheinend dieser Angriff von Lai Shen wirklich so heftig reingeschöppert hat, dass sie davon immer noch zerrt und deswegen alle 100 Jahre wiedergeboren werden muss. Ist insofern super spannend, dass das ja schon Kreislauf, Leben und Tod ist, so ein bisschen an den Ardenwald erinnert, aber nicht der Ardenwald ist. Also das, was wir sonst in den Schatten landen, hier mit Wildsamen, wo die Seele reinfährt und dann ewig mit Anima gefüttert wird und dann in diesem Hain des Erwachens, in einem großen Ritual, wird die Seele eben wiedergeboren und dann zurück in ihre Welt geschickt. Ja, die großen Lebensgeister. Und Yulon macht das einfach mit ihrer großen Statue gebunden, dennoch an feste Rhythmen, an feste Zeiten. Ja, aber fand ich sehr interessant, das auch hier nochmal so zu sehen und zu hören. Geil war natürlich nur, dass wir zumindest große Teile dieser Geschichte auch im Game erlebt haben und uns dann genau bei dieser Statue kloppen. Allianz mit Jinjo im Nacken und Horde mit Hosen im Nacken kloppen sich genau an diesem Punkt. Überraschung, die Statue geht kaputt. Und große Überraschung hinterher, die Statue war auch ein Siegel für eins der Schargefängnisse. Und ja, moin, an sich geil gedacht. Diese heilige Statue, die einen unserer Götter wiederbelebt, die wird schon keiner kaputt machen. Ja, Allianz und Horde haben nur gesagt, haltet mal unsere Biere. Freunde, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Herausforderung angenommen. Und glücklicherweise konnten wir dieses Schar des Zweifels dann auch weghauen. Das ist dann in den Tempel der Jade-Schlange geflohen, wo es dann Endboss war. Da haben wir es dann richtig kaputt gedroschen. Aber Yulon warnt uns eben und sagt, hey, das war nicht das Einzige. Und vielleicht solltet ihr auch mal ein bisschen locker durch die Hose atmen. Und ich fände es eigentlich auch ganz geil, wenn die Statue schnell neu gebaut wird. Weil viel Zeit habe ich eben auch nicht mehr. Ja, also richtig toller erster Auftritt von uns und eine schöne Geschichte aus der Pandarenkultur auch Yulon betreffend und vor allem die Wichtigkeit dieser Statue betreffend. Ja, das Schar hat natürlich in all dieser Zeit fleißig an seinen Käfigen gerüttelt. Auch wenn die nicht Händchen halten konnten, da wurde natürlich trotzdem versucht, diese Fesseln irgendwie zu lösen. Irgendwo gab es immer ein bisschen Negativität. Man konnte seine Kräfte trotzdem sammeln und darum haben die Pandaren eben stets weiter trainiert, ja, um alle negativen Emotionen wirklich verbannen zu können. Naja, und dann kam eben wieder wir, ja, mit weirden Transmogs, wo man sich dachte, scheiße, mit dem muss ich hier dieselbe Luft atmen, wenn ich sehe, was der für einen Helm hat. So, Schar wieder gestärkt. Und so ging es eben von vorne bis hinten los und darum durften wir natürlich auch die entsprechenden Früchte ernten und uns schön durch die Raids und Weltbosse kloppen. Ein weiterer super spannender Punkt beschäftigt sich dann auch Level-Kampagnen technisch ein bisschen später mit der Schreckensöde und dem Mantis-Zyklus, ja, die wunderbaren Heuschrecken, die Gottesanbeterinnen oder irgendwas dazwischen eben, dem Mantis. Und bei denen ist es normalerweise so, dass alle 100 Jahre junge Mantis schlüpfen und die dann losfliegen zum Töten und Fressen und nur die Stärksten überleben eben und kommen zurück. Und das ist ja so ein bisschen deren Kultur, ja, die Stärksten, die Auserwählten, wir sind die Mantis, wir sind die obersten, krassesten hier. Und darum ist das so ein bisschen Sparta-Style, ja, könnte man fast sagen. Und wer dann eben stirbt da direkt nach dem Losfliegen, gut, der war es dann eh nicht wert, dass wir den irgendwie aufnehmen bei uns. Wenn das der Anfang ist von den uns bekannten alten Götterdienern, ja, dann will ich aber nicht wissen, wie das am fahnen Stangenende aussieht von diesen Kalibern, ja, heiliger. Dann hatten wir da allerdings die Problematik mit dem Schar der Angst, wenn ihr euch erinnert, dass es eben auch frei geworden und fuhr in die Kaiserin, dieser Mantis, dieser Klaxi-Freunde. Und was sie dann macht, ist, sie schickt direkt die Mantis los. Ja, die suchen Schwächen in der großen Mauer und werden dabei komplett kaputt gehauen. War eigentlich noch gar nicht richtig Zeit, dass dieser Zyklus wieder losgeht, ja, aber das Schar der Angst hat die Kaiserin natürlich kontrolliert. Und darum, ja, waren das große Verluste für die Mantis selber. Und wir waren ja auch noch da, ne, also doppeltkacke, jetzt da diese Jungen irgendwie auf die Mauer losgehen zu lassen, wo die Pandaren ja sowieso ihre Wachposten haben. Und dann da einfach nach Schwachstellen zu suchen, wenn die einfach von oben mit der Armbrust weggesäppt werden. Das war ja wirklich ein beängstigender Zustand, vor allem, wenn du ein Mantis warst. Und was uns dann ja aber aufgefallen ist, am Anfang der Schreckensöde, war, dass diese Mantis gegen Mantis kämpfen. Da haben wir diese Klaxi dann kennengelernt, um genau zu sein, die Getreuen, die wir dann aus diesen Bernsteinsäckchen da in der Erde erhoben haben. Ja, und diese Getreuen sind eben besonders heftig. Ja, die krassesten der krassen, die sind so gesehen weggelegt für schlechte Zeiten. Ja, damit, wenn wirklich Probleme auftreten sollten, diese heftigen Krieger quasi wieder erweckt werden und den Klaxi helfen können. Und denen gefällt es natürlich gar nicht zu sehen, was dort gerade passiert. Ja, die sehen es als ihre Aufgabe, die alten Wege der Mantis zu bewahren, die alten Zyklen. Da ging es immer darum, zu ehren und zu schätzen. Und sie sind eben Beschützer von Wissen und eben auch ihrer Kultur. Und wenn die dann sehen, dass ihre Kaiserin übernommen wurde und die jungen Mantis ohne Ende verheizt werden, und das auch noch außerhalb der festen Zyklen passiert, ja, da müssen wir natürlich was machen, weil obendrein kommt, dass diese Kämpfe unter der übernommenen Kaiserin die Mantis in großen Teilen aufgezehrt haben und die können es sich einfach nicht leisten, jetzt weiter zu kämpfen. Und deswegen sind diese Getreuen und dieser Klaxirat auch gegen die Kaiserin. Obwohl man ja denken könnte, dass die ja übernommen ist von einem Schar, also einem Diener, einem Überbleibsel der alten Götter. Und deswegen müssten diese Klaxi ja eigentlich all dem, was die Kaiserin tut, doch hörig sein und dem folgen. Aber nee, zum einen, so bilde ich mir ein, ist das Schar ja auch nicht Jascharasch persönlich. Sonst würde das vermutlich anders aussehen, wenn der sagt, hier, macht mal lieber so und so, dann würden die aber Spuren, bilde ich mir ein. Sondern es ist eben auch noch so, dass diese Zyklen und dieses Bewahren, ja, deutlich wichtiger ist, als das, was die Kaiserin dann in dieser Form zu erzählen hat. Und deswegen sehen sie sie eher als Problem, als Geschwür und müssen sie eben vernichten und alle, die ihr folgen, um ihr Volk langfristig bewahren zu können. Ja, finde ich richtig und wichtig, dass das hier nochmal so geklärt wurde. Weil ich habe sie mir bisher auch vor allem über diese Schar, Jascharasch-Geschichte dann erklärt. Ich meine, später, als Garrosh das Herz richtig freigelegt hat, da sind sie dann diesem Ruf gefolgt. Weil es ja ein direktes Überbleibsel von Jascharasch war, so bildete ich mir ein. Darum sind ja die Getreuen, die wir in der Schreckensöde ausgegraben haben, dann auch der vorletzte Boss in der Schlacht um Orgrimma, weil sie dann dem Ruf von Jascharasch aus diesem Herzen gefolgt haben. Ja, und da gab es auch super viele Fragen, jetzt während Remix war, glaube ich, eine der häufigsten Fragen. Warum kämpfen die Klaxi gegen Klaxi? Ja, ist doch Schar, ist doch Jascharasch. Aber nein, wir lernen hier in den Chroniken, es ging tatsächlich im Zweifelsfall, wenn es nichts mit den Machtunterschieden dieser Inkarnationen und Überbleibsel zu tun haben sollte, dann ging es tatsächlich um die grundlegenden Strukturen in diesen Rängen der Klaxi und die Getreuen und auch dieser Rat dort in Klaxiwes, hieß der Ort, meine ich, sind eben vor allem fürs Bewahren da. Und wenn die dann eben feststellen, ey, was ihr da macht, ist ja ganz nett, aber mit Bewahren hat das nicht viel zu tun, dann gibt es eben auf den Kopf. Im Folgenden gab es dann noch so ein paar Einblicke, was wir ja auch ganz gerne machen, nämlich den Fraktionen verschiedene Raid-Erfolge zu weisen. Ja, so ist die Horde dann eben aufgebrochen ins Herz der Angst, hat die Kaiserin besiegt und die Allianz hat dann die Terrasse geklirrt, denn mit dem Besiegen der Kaiserin war ja nicht das Schar besiegt. Das hat uns ja ausgelacht und ist geflohen zur Terrasse hin. Ironischerweise war das der Ort, wo der Kaiser wohl seine körperliche Form aufgegeben hat und dort ist jetzt das Schar am präsentesten. Also gut, dass wir das umgehauen haben, sonst hätte niemand in Pandaria je wieder schlafen können bei diesen Zuständen. Und darum, ja, ist die Allianz dann in die Terrasse und hat dem Schar dort den Garaus gemacht. Später ging es dann um alte Bündnisse, die Zandalari, die spielten ja auch eine Rolle, die waren ja im Thron des Donners dabei, also Zandalari und Mogu, die hatten schon in der Vergangenheit miteinander zu tun, mächtige Völker, große Imperien. Und die Zandalari-Expeditionen, ich glaube, die Schiffe sieht man auch heute noch im Kunlai-Gipfel, die haben dann tatsächlich den Donnerkönig wiedererweckt. Ja, und das ging tatsächlich nicht von Rastakhan oder Talanji oder so aus, sondern von Suhl. Ja, der Suhl, der uns dann auch in BFA auf den Sack ging und am Ende von Gahun übernommen wurde und ein Boss in Uldir war, Suhl, der Prophet. Ja, war also auch da schon eine ziemliche Drecksau, muss man so sagen. Und eigentlich wurde diese Expedition ausgesandt, um eben das Zandalari-Imperium zu erweitern, um zu großer Größe zurückzukehren und nicht da nur auf dieser kleinen Insel irgendwie verbleiben zu müssen. Man wollte wieder mehr und wollte deswegen die Fühler ausstecken und gucken, wie machen wir das am besten. Und offenbar haben die Mogu den Zandalari früher Land versprochen und das wollten sie sich jetzt eben holen oder zurückholen, je nachdem, wie die Mogu darauf zu sprechen sind. Ja, naja, hat sich Suhl gedacht, jetzt sind hier aber auch noch Horde und Allianz. Hm, was sollen wir da nur tun? Ja, wecken wir den Donnerkönig einfach wieder auf. Let's go, stand bestimmt irgendwo im Kleingedruckten. Ja, also da haben sie nochmal ganz klar gesagt, Rastakhan, Talanji, die wussten nichts davon. Ja, und Suhl war hier der Reudige, weil diese Geschichten haben hier und da doch ein paar Fragezeichen aufgeworfen, als sich die Zandalari dann doch der Horde angeschlossen haben. Ja, diese ganzen Kampagnen rund um BFA. Hm, gut, dass sie das hier nochmal so klar gesagt haben. Fazit also, Laishen ist wieder da und Suhl ist ein Vollarsch. Perfekt. Laishen wurde dann natürlich aber trotzdem von uns besiegt, wer hätte es gedacht. Und spannend dabei war, dass sein Herz aber nicht einfach so zerdeppert werden konnte, denn das war richtig Arkan geschwängert, denn es war ja geladen mit der Macht von Ra, dem Wächter, den er seiner Kraft beraubt hatte. Und Furoreion will das Herz haben. Das ist ja eine der Questreihen, die leider mittlerweile im Spiel nicht mehr vorhanden sind. Das war hier rund um diesen legendären MOP-Umhang und so weiter. Und Furoreion kriegt das Herz und der frisst es. Let's go. Und dann sieht er Visionen vom Tod der Titanen und so weiter. Und ich glaube, da haben wir dann auch richtig festgeschrieben erfahren, ich meine, Quelle war Furoreion, der ein Herz frisst und dann Visionen bekommt. Okay, da haben wir auch damals natürlich bei der Quellenanalyse in Anführungsstrichen schon gesagt, hold up, sollten wir mit Vorsicht genießen. Aber da sah er den Tod der Titanen und weiß, die kommen nicht mehr zurück. Sageras hat sie geplättet. Huch, ja huch. Deswegen, weil wir damals keine Chroniken oder irgendwie 500 WoW-Bücher hatten und viele auf Azeroth und viele Spieler eben dachten, ey, die Titanen, die sind super, unsere Götter, unsere Schöpfer, wir müssen nur überleben irgendwie, bis sie wiederkommen und dann retten die uns zu allen kosmischen Bedrohungen. Ja, da waren wir noch ein bisschen anders gepolt im Gegensatz zu heute. Und darum war das tatsächlich eine Bänger-Offenbarung. Naja, und Furoreion, also ich möchte das gerne nochmal wörtlich festhalten, hat das Herz vom Donnerkönig Laishen gefressen. Alles klar. Parallel fand da dann auch die Geschichte statt, wo Jaina ihren Stab mit der Macht von ihm aufgeladen hat. Also das könnte in Zukunft auch nochmal wichtig werden. Beides womöglich oder auch nicht. So oder so, Laishens Ende hat tatsächlich auch nochmal ein bisschen was Neues befasst. Ja, Furoreion fing dann aufgrund dieser Visionen an, zu sagen, die Welt kann nicht gleichzeitig die Legion und sich selber bekämpfen. Aber da hat er ja erstmal zumindest Glück gehabt, denn was dann gefunden wurde, war ja bei der Ausgrabung das Herz von Yasharash. So, und das führte ja dann zu Ereignissen, bei denen Hordo und Allianz zumindest vorerst Seite an Seite kämpfen sollten, gegen Garage und seine weirde Schlacht um Orgrimma-Maschinerie. Die Kammer wurde zunächst entdeckt. Wir wissen, die wurde eigentlich von Ra überwacht. Das alles ist gerade seit Laishen nur bedingt gut gelaufen und die wollten das Herz eben einsperren. Wer hätte es gedacht, und studieren. Richtig gute Idee. Die Mogu sollten das bewachen. Wie wir wissen, das lief auch so, la la, und die Kammer wurde einfach vergessen. Super. Die Horde gräbt das also aus, bringt es zu Garage. Der sieht es als Waffe, aber es ist eben noch geschwächt. Darum denkt er sich, ja, easy, wir sind ja hier im Tal der ewigen Blüten. Hier haben wir dieses super heilige, nährstoffreiche Wasser, das ja auch das Tal der Fiewinde mit den vielen Bauernhöfen und so weiter versorgt. Also kicken wir es doch da einfach rein, damit wir es auch richtig als Waffe benutzen können. Das macht er. Das Schade Stolzes wird entfesselt. Das Schlimmste, wenn man so will, das Einzige, welches auch der Kaiser am wenigsten unter Kontrolle bringen konnte. Und das hat das Land natürlich sofort verdorben. Taransu ist noch dazwischen gesprungen. Der Oberste der Shadow Pan wollte Garage aufhalten, hatte aber keine Chance, ist also auch noch fast gestorben. Super Situation. Ja, ist wirklich hervorragend gelaufen. Und dann kamen wir quasi gerade von der Insel des Donners, waren erfolgreich gegen Laishen, kommen zurück und sehen das. Ja, super nice. Und für Garage und seine Truppen ging es dann zurück nach Orgrima. Da wurde dann geplant, wie man alle übrigen Feinde am besten zernichtet. Na, da gab es ja im Vorfeld auch dieses Attentat auf Vol'jin und ey, die wahre Horde. Das sind hier natürlich nur die Orks und diese komplette Garage-Psychose eben. Naja, und dann konnten wir den Kampf ja trotzdem zu ihm tragen, seine Maschinerie vernichten, seine Verbündeten in die Knie zwingen, die Klaxi besiegen, ja, die damals dann ja auch sagten, wir werden uns wiedersehen, Erwecker. Okay, Herzkammer von Yasharaj, bevor wir das zu Garage gebracht haben als Hordler, dieses Herz, da wurde ja auch ein Goblin-Ausgrabungsleiter übernommen, der dann sagte, als wir ihn besiegten, ich schlafe nur. Wir erinnern uns nochmal an leeren Zitate, wie alles, was schläft, wird erwachen. Aha, und das bringe ich gerne nochmal mit rein, mit dem Blick auf die Anfänge von heute, diesen sehr, sehr großen Yasharaj-Fokus und die Mühe von Blizzard hier doch, und ich bleibe bei dieser Formulierung, so ein paar Weichen ein Stück weit umzustellen. Und das alles rund um die wunderbare MOP-Geschichte, die wir ja zumindest in großen Teilen auch selber spielen konnten. Hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, wie viel Liebe, wie viele Details doch auch in Pandaria mit drin steckten und was wir vielleicht in Zukunft nochmal sehen könnten, wovon wir eigentlich dachten, hey, das bleibt bestimmt in MOP am Arsch. Jo, Freunde, würde sagen, das reicht erstmal für die Folge bis hierhin. Hoffe, hat euch wieder gefallen, teilt super gern eure Gedanken mit mir. Ich habe gesehen auf Spotify, da haben sie jetzt diese Interaktionen, Umfragen, Sonstwas-Optionen umgestellt zu Kommentaren. Also könnt ihr da jetzt auch richtig normal und ausführlich kommentieren. Ich glaube, ich kann auch antworten. Finde ich cool, haben nur einige neulich geschrieben, funktioniert bei Ihnen irgendwie noch nicht so. Also ich habe hier in meiner Erstellerübersicht, da habe ich schon so einen Kommentar-Tab, da kann ich auch rein, da kann ich auch schreiben und, und, und. Vielleicht gibt es da noch ein paar Kinderkrankheiten, vielleicht dauert das noch ein paar Wochen oder ihr habt irgendwo einen neuen Button, so drei Punkte, ein Ausklappmenü oder was auch immer. Könnt ihr auf jeden Fall gern mal checken, mal testen. Müsste jetzt also auch verfügbar sein. Und wenn nicht, naja, die Technik. Ist vielleicht auch aus einem Teil von Yasharaj erwachsen oder so, müssen wir vorsichtig sein, Leute. Ich freue mich auf die nächsten Runden, freue mich auf die nächsten Wochen. Lang ist nicht mehr. TWW lunzt schon um die Ecke. Ich werde schon ein bisschen hibbelig langsam. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Checkt super gern noch die Links in der Videobeschreibung. Vielleicht ist auch da noch was für euch dabei. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns demnächst hier auf YouTube, im Livestream oder wo auch immer gesund und munter wiederhören. Macht es gut, haut da rein. Und schaut Schuhals. Schuhals. Bis zum nächsten Mal.